So Leute, es geht weiter mit Let's Play is a Minish Cap. So, wir müssen auf dem Gullberg und wir sind zu Malta, der Ollen direkt. So, damit sie das Schwert neu schmieden kann. Was macht der Kieselstein hier? Ähm, da oben kommt er. Links, rechts, rechts, links, links, links. Ich hab keine Lust gegen euch ganze Marienkäfer zu kämpfen. Na, Flasche, genau. Gongol was erhalten. Das gibt's wirklich nur auf dem Gongolberg. Schön. Da dran vorbei, da dran vorbei. Ich brauch neue Bomben, das ist was Schönes. Hm. Hätte ich mir vielleicht ein paar Bomben kaufen sollen? Ne. Ja, safe state, nutzt sich halt. Nicht, dass ich das irgendwie gebrochen könnte, aber... Ähm, vorsichtig ist besser als nachsicht. Genau, so geht der Spruch. Und ich muss hier nichts in die Luft jagen, glücklicherweise. Hier kann man Bomben kaufen, genau. Zap. Tut mir leid, wegen der Nuss. Ich verkaufe auch Bomben. Nein, für wie viel? Nein? Ui, fui, ich verschwinde. Tut mir leid, wegen der Nuss. Ich verkaufe auch Bomben. Zehn Stück für 30 Rubin. Oh, Heizabschneider. So, und außerdem kann man mit ihm noch Fragmente vereinen. Keine Ahnung, was passiert, wenn wir mit ihm vereinen. Genau. Jetzt wäre ich spätestens aufgeschmissen gewesen. So, schlitt. Und... Puff. Haut ab, Fledermaus. Haut ab, Fledermaus. Mhm. Benutzt die Einzahl und sprich von der Mehrzahl. Hm, gut gemacht, Jolly. Ach. Ach, Zap. Ah, der Perzen verloren. Hm, geht. Also von der Bilanz her. Nämlich kann ich einfach... Kann ich entweder was auf den Arsch schauen, oder man macht es so und zieht ihnen die Maske ab. Und dann werden sie... Und die erste Maske werden die Keller völlig harmlos. Die sind auch dann zu niedlich. Guckt euch das an. Oh, ist das nicht niedlich? Buh. So, komm her. Niedlich, oder? Ich weiß. Nicht wirklich, aber... Das dann gebt mich peripher. Dann geht's nochmal auf den Nussschleim und dann... Spring ich... Hm, aha, jetzt hältst du mir wieder ein. Kännchen. Du solltest von um in diesen Wirbelwünn springen. Hehehe. Ich hab nun gute Einfälle, oder? Hm, nun ja. Bei mir ist Medium, aber du bist ganz schön fett geworden. Ja. Jetzt ist ja immer wieder rauf. Danke. Äh, hier hoch. Nicht hier hoch. Doch hier hoch. Zap. Okay. Achso, ich erinnere mich wieder. Äh, hier. Zap. Wie kann dieses Zeug einen ganzen Stein verstecken? Wer fragt es nicht, aber es klappt. Zap. Genau, ich muss jetzt, nämlich. Hier lang, hier rum. Hier rechts, links, geradeaus. Ich fahre mir an zu zählen. Das sind Fliegen, die ich ganz schön nassig finde. Und zwar, dann muss ich den Kern tragen. Mhm. Ich trage so einen riesigen Kern. Äh. Mist. Da lang. Ich hätte den eigentlich auch auf die Gegner werfen. Experiment. Das hatte viel Schönes. Ich hätte ihn werfen sollen. Ja, das ist aber so ein Einfall, der kommt erst später. Hier rum, da rüber. Jetzt wegsaugen, wollte ich noch sagen. Dann haben wir doch noch das Gongolwasser eben geholt. Muss ich doch, dass ich das noch gebrauche. Zap. Ich möchte das auch wieder ein anderes Schild. Und Wachs. Zap. Danke. Gongolberg. Ich weiß nicht, irgendwas habe ich, glaube ich, vergessen. Gongolberg. Gongolmier. Achso. Gongolwand. Genau. Ah, ja, ich erinnere mich wieder. Mhm. Ich kriege jetzt ein Item, das ich eigentlich nur hier brauche, weil es komplett unnütz ist. Hallo, Wand. Hallo, Loch in der Wand. Och, kommt schon, ich verschwende wieder meine Dings. Puff. Och, kommt schon. Kommt schon, Leute. Ich würde mich verarschen, dass ich nicht diese Scheiß-Teile hochhebend, äh, zerstört kann. Ein Lüks-Freund, meeeehnt schön. Zap hier hoch. Ich weiß nicht mehr, ganz wie's... Ach, dämmt. Ähm, ja. Clever, ich sitze hier in einem Bomben heinander, darf das eigentlich passen. Mhm. Dann schiebe ich den nach oben. Da hau' ich hin. Warte, bis ja. Und zap. Kaputt. Ha. Genau. Ähm, so. Rüber, 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 rüber. Rüber, 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 rüber. Und dann... Hallo und... Gongul Mine, Gongul Wand. Zur Wand konnte ich noch nicht, noch muss ich zur Mine erstmal hin. Und ich lasse mich zu werden von der Sam Spiders erwischen. Das hatte viel schöneres. Wo geht's hier zur Mine? Gongul Mine, abgezogen zum Fuß des Berges. Brauch ich nicht, Boss. Zur Mine. Gut. Hallo, ihr ganzen Gegner. Es ist sogar so kein Sinn, macht euch alle zu besiegen. Werde ich euch einfach ignorieren. Und zwar ganz gekonnt. Kopf. Seid nicht, du willst mir auch irgendwas verkaufen für wieder teuer Geld. Reden. Tut mir leid, wegen der Nuss. Ja, ich verkaufe dir für 40. Ach, leck mich genau. Boah, das war dieses sinnlose Objekt. Willkommen. So, komm her. Zapf. Ich brauch doch nur vier Rubiner. Zapf. Da waren's nur noch. Na, stimmt, die Teile kann ich nicht einsammeln. Clever. Fünf Bomben. Ja. Kein Rubiner. Und... Wieder kein Rubiner schön. Vier Rubiner, verdammte Scheiße. Sagt doch, dass dieses Kompl- Item komplett unnetzt ist. Stimmt, das ist ein Rubiner. Oh, oh. Ein Hambach. Hm, kein Hambach. Okay. und und ich bin gerade zurück jetzt haben wir und hier haben wir wieder nicht schön Niko gerade noch einmal unten nach was da links zu fahren bevor ich da so genau da ging es hier zur Wand so und zwei Stück und noch und wieder keiner komm schon Leute Leute das ist das Leben das hat sich an Zelda Geldfarben nichts nichts Geldartiges okay Och Leute verarscht mich nicht und Juhu endlich zwei Rubine das hat mich jetzt die Hälfte des Things gekostet tut mir leid wegen Lendos ja ich verkaufe dir auch einen Rubinring für 40 ja Rubinring genommen ja kaufen ja muss ich Letterringe halten jetzt kann Zuchtlöchern danke für den Einkauf vielleicht mich am Eltern wenn ich nicht verkaufen noch drei Rubine oh ich werde dauernd irgendwas kaufen und ich hätte für 30 Münzen nicht unbedingt da komme ich später zu merken ähm jetzt muss ich zur Kletterwand genau da oben komme ich auch später rein da hinten das ist eine Abkürzung dann ähm ja äh so da kann ich jetzt endlich oh Glück so wir kommen bei der Kletterwand einem schönen Ort wo man viele schöne Sachen machen kann wie zum Beispiel den falschen Weg gehen und dann Kont rüber zieht zapp und diese Steine haben auch ein Muster das ich bis heute nicht verstanden habe wie die fallen hm hm ja etwas das das Klonschaft nicht versteht etwas von vielen Sachen danke jetzt hat mich aber gerade interessiert was war gleich nochmal hier hinten irgendwas war hier hinten das weiß ich noch da komme ich später rein mit den Krallen hallo Berg Eremit oh du willst du mal Mettverein nein hab ich nicht oh du willst du dich okay ich bin der Eremit vom Kongolberg ich habe die Welt ich habe die Welt entspannt um zu meditieren du siehst wie doch wieder möchte ich dich für etwas möchte ich auf den Weg nach hier oben ist vielleicht eine verdächtige Wandofenfein probier es doch mal mit einer Bombe okay und ich halte ein E-Mail Tageskonto von Gmx und so ein Scheiß bin auch zu nerven sub greifen und ich bin weg kein Kommentar und ich bin weg so Moment der Trick hier war folgender man verbandelt sich hier in einen Minish rollt ein bisschen läuft hier durch die Passage und hofft dass einem die Regen tropfen äh das ist äh das ist alles ja das ist als Regen äh was es ist als regnete Bomben passt gut auf mein Kittchen bei uns wenn jetzt die Größe wäre es verteilt wenn wir und sein Tropfen äh so ja was ich aber wahrscheinlich nicht verhindern ließe sag ich doch wir haben nie ohne Damage durchgekommen zapp okay gut mh da oben muss ich hier hin kommt glaube ich genau den Stein roll ich da hin der kommt dann von hier nach da oben Schieberätsel noch ein relativ einfaches der kommt nach da der kommt nach da der kommt nach da der geht nach links 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 runter rechts äh zipp ähm was war denn das ich hätte irgendwie auf den Vorspulknopf geraten ups so und rein was war hier ach leg mich am Hintern genau erwischt den Weg der falsch ist glücksspiel ich hasse es glücksspiel ist nicht gut keiner merkt euch das da lang da lang da lang ähm da lang da lang da lang da lang da lang da da lang so geht doch ne hört sich nur mal an also wenn man auf die Wände gegen piekst kann man oft einen Unterschied hören manchmal hallo bist du niedlich komm her ah bist du niedlich ah genau das wusste ich noch das hat mich so auf den Tod gerissen diese scheiß diese scheiß Stelle so und dann haben wir noch ein Dings ok sagt die Uhr die Uhr sagt 30 dann mache ich die Gegner noch fertig und in der nächsten Stunde zeige ich euch dieses scheiß Rätsel wiii als ich das das erste mal durchgespielt habe ich weiß nicht wie lange vor saß länger mhm das war ein Herz Zapp habe ich hier gesagt herz zapp und hier tragen kaputt tragen kaputt tragen kaputt ja ok bis zum nächsten Mal Eurkundschaft 90 tschau